Wenn es mich ankotzt, ja, du hast nie Zeit zum Kochen, den ganzen Tag arbeiten, ja, von früh bis spät will einer was von dir, immer musst du was erledigen, es kotzt mich doch an, den ganzen Tag hast du was zu tun. Ich mach jetzt mal wieder nix mehr. Das wunderbare Ereignis, das sich weder an seinen Ursachen noch an seinen Folgen bemisst, das ist seine eigene Bühne, seine eigene Dramaturgie schafft, das gibt es nicht mehr. Du? Wohl schon lange nicht mehr verliebt gewesen, hm? Jahrhundertelang wurde die Geschichte im Zeichen des Ruhms erlebt. Ja, für 15 Minuten ein Superstar sein. Das leidenschaftliche Festhalten an dieser Vorstellung wirkt heute lächerlich. Wir wollen keinen Ruhm mehr, wir wollen Identität. Ja, ja, Bruderia, du bist ja auch schon berühmt. Ja, ja, ja. Ja, genau. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020